Oh, dann ist es gar nicht gut. Das ist immer gefährlich, liebe Leute. Das ist immer sehr gefährlich. Vielleicht, jetzt wo es noch hell ist, sollte ich vielleicht ein bisschen Holz hacken gehen. Das mache ich jetzt. Nein, 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 warte. Einbildung. Warum habe ich eben noch keine crafting Bock in mein fucking Haus? Weil ich sie gestohlen habe. Wie kann man eigentlich braun färben? Und da geht's nicht drauf. Indem du draufkackst. Nein, mit Kakaobohnen. Eben mit Takaobohnen. Du Noob. Guck, hier ist doch ein braunes Schaf. Hier. Hier. Da. Hier. Bei uns im Garten ist, glaube ich, ein schön braunes Schaf. Ja, aber die habe ich schon alle geschoren. Sag ihm, er soll Gras essen. Gras. Ich glaube, hier ist noch ein braunes Schaf bei mir. Hier hinten. Pegman, sag nicht, du hast das Schaf gekillt. Nein. Doch, hat er. Dafür bist du dran. Nein, hör auf mit dem Eis. Schwert, hör auf. Eben, Bloble. Bei mir ist noch ein braunes Schaf. Pegman. Bloble ruft jetzt bald ganz Russland auf mich. Oh, er ruft zu den Waffen. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Er hat Erfolg zu den Waffen erzielt. Lern lesen. Ruf zu den Waffen. Wo hast du dich verkrümelt? Wo hast du dich versteckt? Nirgends. In die Keksdose. Okay. Okay. Ich hab doch gesagt, bei mir ist ein braunes Schaf. Hör doch mal zu, Bloble. Ja, aber das ist nicht dasselbe. Hör auf mit dem Diaschwert, hör auf. Bloble, nein, nein. Juppe! Ja! Bester Killversuch. Bester Killversuch, Bloble. Ich will nur einstechen und nicht schlagen, Alter. Vor allem fängt er an zu schlagen. Ja, weil ich mit dem Diamantschwert gekommen bin, habe ich Alzheimer bekommen. Was hat Alzheimer mit Totschlagen zu tun? Eine Ahnung, viel. Und auch wenig. Hm. Hör auf, wenn du was abballst, töd ich dich. Ich hab gesagt, wenn du was abballst, töd ich dich. Okay. Ich glaube, bei uns ist soeben gerade der Notstand ausgebrochen. Ruf die Psychiatrie! Schnell! Bloble, dreht raus! Ruf das US-Militär! Ruf die NSA! Los los! Die ist schon längst da. So! NSA heide los! So, es wird dunkel. Jetzt sollte ich mich in meinem Baukasten verziehen. Sieht echt aus wie im Baukasten momentan, ne? Ich glaube, ich hab da alles hingetan. Nimm die Sachen und geh wieder raus! Wir nehmen einfach die Stadt und schieben sie woanders hin. Ich hab gesagt, geh raus, Bloble! Einfach nicht, Bloble! Einfach nicht! Einfach nicht! Einfach nicht! Dankeschön! Hat jemand Lust, mir Essen vorbeizubringen? Nee. Gut, dann bring ich's mir halt selbst. Ich bin keine Meerjungfrau, weißt du? Dann machst du dir selber lieber. Hä, was? Mach's dir selber, Blo- Was hast du Essen geschnurrt von mir, Alter? Hab ich nicht! Hör auf zu lügen! Hör du auf zu lügen! Hör du auf zu lügen! Das halte ich für ne Lüge! Ach Leute, ihr seid die Besten! Ich weiß! Von des wissi! Ich hab mal gerade zum Picnic gejolt, ein bisschen! Nein, nein! Hör auf zu knurren! Ich hab auch Hunger! Brrrr! Brrrr! Das ist ein Pferd, was irgendwie einen Schluck aufhacken! Alter! Ist hier bei meinem Haus irgendwie eine Familienversammlung oder was? Alter! Bist du irgendwie dumm? Ah! Lol! Äh, ja! Gott, defa! Hab ich immer gerade bei Steam angeschrieben! Äh, bei Steam angeschrieben! Hui! Ah, sowas aber auch! Ohohohoho! Was? Im Steam kann man chatten? Waaas? Waaas? Gamer, pflege soziale Kontakte? Waaas? Waaas? Whatsapp? Hackman ist pervers worden! Alter! Spring noch höher, du dummes Vieh! Geht kacken! Ich geh gerade Info-Video aufnehmen, soll ich dich dann dazu schalten? Nein, soll er nicht! Wer auch immer das ist, soll er nicht! Was? Ich geh raus, Info-Video aufnehmen! Soll ich dich dann dazu schalten? Ja, wie willst du das denn machen, du wirklich, Sir? Na, wie ist die Luft da unten, Sir? Sehr nett, dankeschön! Gib mir bitte meine Items wieder, Blahle! Hab ich doch! Ja, was ist denn mit meiner Handy-Skype? Ach so, Handy-Skype! Nee, du bin gerade am Weg! Alter, was ist das denn für ein fettes Haus! Im Wasser! Einfach so! Im Wasser! BAM! Ey, Pischer-Fight! Konntet ihr gerade da beobachten! Ja. Alter, das ist einfach nur... BAM! Weiß einfach so, bumm! Einfach so! Was? Im Wasser! Blahle, gib mir bitte meine... Lass mein Haus! Hab ich doch! Er hat wieder ein... Klebe getötet! Du hast mir nicht alles gegeben, Bloble! Ey! Hey! Wenn du Viecher töten willst! Hier um mein Haus sind irgendwie fünf Zombies! Und zwei Spinnen! Sag doch! Also! Hau rein! Ach Bloble, warum musst du hier Holz hin? Das ist doch voll hier Holz hin! Wie lange dauert die Aufnahmen denn noch? Hm... So lange, wie ich Lust dazu habe! Nein! Du musst den doch nicht hier reinschießen! Doch! Spinn, Alter! Ja, wieso schießt du dann Zombies zu mir rein? Ich... Ich hab keine Lust auf Besuch! Hier ist noch einer! Natürlich! Wie ich auch immer den jetzt gar getötet hab! Ich hab's getan! Aber frag mich nicht wie! Ich hab einen Wallhack, deshalb hab ich ihn durch die... durch die Wand gehackt... gekillt! Daniel! Ist der Pac-Man? Hä? Ah, du bist noch da! Sehr gut! Nimm mir noch einen Schweizer, hm? Oh, Bloble! Du bist doch richtig dran genommen! Oh shit! Wir haben das Wister gewonnen! Wollen sie nicht noch ein größeres Haus bauen? Ja, ich hab's mir überlegt, aber... Alter! Er ist der Kämpfer des Jahrhunderts! Bäm! Hinter dir! Irgendwie 20 Pfeile im Arsch stecken! Na ja! Er läuft bei mir! Ja, er läuft bei dir! Er ist richtig... Wurde es richtig von hinten genommen, wa? Nein, nein! Läuft bei dir, okay! Trau dich aber vor! So! Hm! Fortgeschrittenes Handwerk! Herzlichen Glückwunsch der Pac-Man für diese Errungenschaft! Oh, du schmeichelst mir ja! Nein, nein! Dann bist du dir ein! Oh, pack mal wegen dir! Hier hab ich noch 3 EP! Ich hab das 10! Was, du hast das 10? Bloble, du Sauhund! Hör doch bitte auf! Verdammt nochmal! Jetzt hab ich kein EP mehr wegen dir! Selbst schuld! Gehst du noch? Willst du noch ein Feig oder was los? Meine Fresse, du! Das gibt Krieg, Alter! Das gibt Krieg! Das gibt Krieg! Gut, hab ich mich in meinem Baukasten versteckt! Hör auf! Einfach nicht, Bloble! Einfach nicht! Ich würd' irgendwie so ne Falle hinstellen, dass dein Haus in die Luft fliegt, wenn er reinkommt! Ja, mach ich auch! Mit TNT hier! Mein eigenes Haus in die Luft sprengen! Hm! Ne, du könntest auch einfach Creeper in den Eingang stellen! Ja, viel Spaß! Wie soll ich das hinkriegen? Zähmen? Ja, ja, Creeper zähmen! Ich find' immer noch, man soll den Creeper zähmen können in Minecraft! Ja, dann hol dir den Mod und dann kannst du's! LOL! Dann hol dir den Mod und dann bist du selber ein Creeper! Ich, ich, ich stell's mir grad so vor! Ein Skelett greift dich an! Der Creeper! Du hast ihn angeschossen! DIE! Pfff! Nein! So! Bloble! Hör dich verdammt noch mal auf! Du hast mich die ganze Zeit angegriffen, bist mit Diamants weggekommen! Blablibloop! Und jetzt, jetzt musst du gar nicht zu mir kommen! Halt! Stopp! Einfach nicht! Halt! Stopp! Jetzt! Hab ich dich heimals geschlagen? Hä? Hab ich dich heimals geschlagen? Ja! Ja genau, fackel einfach die ganze Brücke ab! Ja, ist okay! Hm, wie hab ich ja gebaut also! Wie schön ist Lagerfeuer? Also, Bloblew willst du nicht auf einfach mal... Wir singt das Lagerfeuer-Lied! Komm zu mir! Komm! Trau dich! Nein, befresse du! Komm her! Trau dich! Lagerfeuer! Lagerfeuer! Du elender Hund! Du brauchst nicht mehr zu mir zu kommen! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ey, der Zombie will auch mitmachen bei eurer Party! Komm her! Nein! Ich seh's nicht ein! Du bist verrückt geworden! Stopp, Deal! SNI! Los, heide! Zugriff! Zugriff! Jaaaaaaah! Ich mit meinem Stein Trapper pisse mich am besten! Ja! Hm! Ich will mal dein Haus angucken! Hm! Sieht aus wie ein überdimensionaler Baukasten! Mit Wasser gefüllt Wir können es mit einer Badewanne vergleichen Hast du irgendwo einen Eingang oder wartest du auf morgen, bis ein Eingang kommt? Ich warte drauf, bis sich etwas auftut Okay, Sesam öffne dich Warte, warte Sesam öffne dich Ich habe getan, was ich konnte Au Er hat doch keinen Damage gemacht, okay Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim ganzen Wasser Ja, danke Ich bin sowieso so eine Bade-Nixer, ne? Ja, ja, ja Aber bist du morgen noch dran, glaub mir Glaub mir, nein Plopplefackel bitte das ganze Haus ab, komm Soll ich Pfff Dir geht es wohl nicht mehr allzu gut Was ist los mit dir? Warum? Ich kriege mein Heimat-Züge in mir, komm Das krieg einfach Ich bin nicht, ich zuerst töte Ja, komm Ah, ich bin jetzt rausgefallen vor Schock Hm Die Stimmung ist geheirrt anstattt Der Kampf der Titanen Wer wird gewinnen? Sir Pac-Man, was ist Plopplefackelman? Oh, was laberst du? Kennst du das nicht? Was? Epic Red Battle of History Ja, Black Man Rüstung Plopplefackelman Sagst du das nicht? Ne What the? Kommt, nein, wo ist ein Zombie mit einer Goldrüstung? Geht's noch? Plopplefackelman, du kennst die Anspielungen, oder? Klar, Epic Red Battle of History Nein, 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 nein Geht's weg Geht weg Ich will deine Goldrüstung, gib her Und er hat eine Verzauberte, ja Eisenrüstung und Rüstung Oh Wie müssen wir das erst mal machen? Epic Red Battle of History Jetzt kommt noch so ein Vieh Geh weg Geh kacken Gesell dich zu deinen anderen Kumpelsing ins Grab Warum habe ich kein Essen mehr, nur verrottet das Fleisch Ich geb mir gleich Muss ich ins andere Haus essen holen Essen, essen, happy happy Trotzdem ist ich wirklich hierher zu kommen Nein, eigentlich nicht Das Fleisch ist unter dem Block Unter dem Block, warte, 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 warte Hier, ich hab's, ich hab's, okay, ist gut, ich hab's, guck hier Okay, ist gut, ja Dann kannst du ja wieder gehen Du weißt, wo die Türe ist, also geh Einfach nicht, einfach nicht Schwimm weg Schwimm Schwimm hinfort, Knappe Warte, ruhig Nein Es hat ja keine Notausgang, nein, renn Nein Habt ihr gesagt, wenn du zu mir kommst, gibt's Schläge, ne? Er hatte dich an den Eiern Ja, am hooten Sack Hooten Sack Er hat Rührei mit dir gemacht Hooten Sack So, guck mal Wenn ihr jetzt in mein Haus geht Die Hälfte hab ich schon Von meinem Haus Die Hälfte hab ich Nein, Sachen liegen hier draußen Nein, Sachen liegen hier draußen Aber so mit diesem Spitzhacker hier Boah Boah, ey Boah, ey Ich schlag dich nicht, keine Angst Komm her, deine Sachen holen Warte kurz Komm her, lass dich streicheln Warte Ja, nett war Gesundheit Stirb Was hat das noch so? Die Diamantschwert Achso, okay Ich hab dir alles zurück Nein Totenstille Nein 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 Pac-Man, du kannst dich ruhig verpissen Au, au, ja Ähm, du könntest langsam aber sicher Deinen Hintern nach draußen bewegen Wenn du Lust dazu hättest Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö dich sauer nein 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 einfach nicht okay komm komm ich will auch noch meinen anteil am heißen du könntest ja einen flusseingang machen vom fluss her dann musst du nicht durch den haus durch latschen ja viel spaß ich würde es tun ich bin ja sogar verrückt genug um ich bin hier sogar verrückt genug um im wasser ein haus zu bauen von dem her ist das ist holz das ist stein das ist eisen wie viel darf ich nehmen das habe ich jetzt aber echt noch nie gemacht im wasser ein haus bauen auch ich mache irgendwann muss ich mal noch ein haus ganz unter wasser bauen wenn ich einen geilen see finde was soll ich nicht nehmen kann das ist eine menge fantasie eine menge fantasie ich brauche das der schwarze vf ich brauche das ich bin abhängig was das ist die schönere ausdrucksweise von verpiss dich also und das ist auch wichtig noch holen nein so gut okay wird er dann nicht ein bisschen essen mit gibt ihr genug zombies die so abschlachten könntest und hat noch ein stext ja um so ein stext eben der kanzler du kannst du mir okay So, also, Pac-Man, du brauchst ja nix mehr hierher. Na, na. Was ist jetzt alles genommen? Jupp. So, hab ich natürlich glücklich. Nicht. Okay. Holz brauch ich noch! Ja, Holz hab ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin ein Fisch, ein Fisch. Ein Fisch. Ich bin ein Fisch. Luf, Luf, Fische reden nicht, Hals, Maul! Oh. Alle sind so gemein zu mir. Wir mobben, Sir Pac-Man. Hm. Böre, böre, böre. Böre, böre, böre. Wo ist die Musik? Hier. Hallo Musik, hallo. Jetzt. Ups. Nein! Ich hab keine, keinen Bock auf ne Planschparty. Ui, Planschen. Äh. Gehe Gesundheit. Dankeschön. Dürfte ich mir einen Comment-Block cheaten, aber ich werde damit nichts töten oder so, oder so. Ich werde mir nur so... Nein. Oh. Wir werden uns nichts cheaten, wir werden uns alles hart erarbeiten. Ja, aber einen Comment-Block kann man nicht hart erarbeiten. Was ist das? Ein Comment-Block. Das ist ein Command-Block. Und was macht der? Damit kannst du alles machen. Das sind einfach Befehle, kannst du mit Befehl ausführen. Wie zum Beispiel? Naja, zum Beispiel Slash Time Null oder... Ähm... Hattest eigentlich was gesehen? Ähm... Mehr als fünf Dings? Äh, fünf Minecraft-Faktor, die du noch nicht wusstest? Nein. Äh, ich meine Problem. Ähm, nein. Achso, über Top-10 oder wie? Nein, nein, nein. Fünf Faktor, die du über Mannschaft noch nicht wusstest. Ja, habe ich auch schon mal sowas gesehen. Hm. Hast du gewusst, dass man mehr Herzen machen kann? Äh, mit Herz-Container, ja? Na. Ich meine, normalen Mannschaft von Nile. Achso, dann mit einem goldenen Äpfel. Nein. Ja, wie dann? Das ist so, dass es so über dein Dings geht. Das ist fast ein ganzes Desktop-Faktor, der mit deinen Herzen ist und du fast dann unbesichtbar bist. Wie macht man das? Das sag ich dir jetzt bestimmt nicht, wenn du einen Comment-Block willst. Äh. Was würd ich mir dann? Kann ich mir jetzt einen Comment-Block cheaten oder nicht? Ich will mir damit nachsetzen. Nein. Was willst du denn heute machen? Dann will uns alle töten. Ich will auch hinten. Oh Mann. Du willst uns alle töten. Sag mir, was du damit tun willst. Eine Alarmbandlage. Das ist doch so geil. Nein. Einfach nicht. Alter. Denk dir eine eigene Alarmbandlage aus. Mit meinen Alarmbandlage. Das geht ja nicht. Doch sicher ist das. Redstone und Blobless. Ja, wenn ich 1000 Kilometer entfernt bin. Mit T. Die Alarmbandlage ist angefangen. Nee, mit TNT und Redstone. Dann ist der Einbrecher beseitigt und ja. Ja, mein Haus dann auch beseitigt. Das ist dann der Nachteil, aber ja. Im Comment-Block könnte man zum Beispiel so eine Nachricht schreiben. Zum Beispiel in deinem Haus ist jemand eingedrungen. Zum Beispiel oder so. Du musst halt dein Haus so sichern, dass niemand rauskommt außer dir. Ja, wie soll ich das bitte machen? Mit Bedrock. Ich wüsste wie, aber ich sag's dir nicht. Ja, danke. Alles entgegen mir. Nein. 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 Kannst du bitte aufhören, hinter meinem Haus irgendwas rumzufummeln? Okay. Fummeln. 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 Ich bin erwachsen. So. Ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass ich hier den Scheiß umgraben muss. Hier oben fühlt man sich irgendwie so mächtig. Sag mir nicht, dass du mein Eisen geklaut hast. Nein, voll nicht. Wenn ja, will ich auch was. Was ist so in meinem Haus? Bitteschön. Keine Ahnung. Eier lecken, du. Der Boden verschwindet. Ja, du musst dich gar nicht drücken, du Lümmel. So, Wasser. Ach, scheiße. Ach, das doch. Da. Hoppla. Hoppe. La. So, das Wasser wurde erfolgreich abgetragen. Hoppe. La. Jetzt kann der Ausbau von meinem super, duper, mega, gigantischen, geilen Villa vorgesetzt werden. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mir ist es so gelass, mich in dein Haus. Schnell. 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 Ich habe damit nichts zu tun. Du willst ihn. Du willst ihn. Nein, nein. Könntest du dich nicht vor mich stellen? Dankeschön. Einfach. Da rein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh.